Habt ihr schon mal einen Exorzismus in Roblox durchgeführt? Wenn nicht, dann werden wir heute ein gruseliges Horrorspiel spielen, Leute. Und zwar nennt sich das Fateness, meine Freunde. Ihr könntet schon sehen, ich bin im Spiel drin, ne? Und ihr seht, wir haben hier ein Crucifix in der Hand. Und mit den Sachen können wir wahrscheinlich irgendwas verbannen, Leute. Und ich hab hier irgendwas gespürt. Und zwar wird unser Crucifix hier weiß. Und wenn wir hier draufdrücken, dann könnt ihr sehen, da fliegt ein Geist weg, Leute. Und es erscheint hier ein Schlüssel. Okay, den sagen wir erstmal auf, Leute. Und hier oben ist da irgend so ein Mann, der guckt da oben irgendwie. Aber wir gehen erstmal rein, Leute. Da bin ich mal gespannt. Okay, was ist hier, wenn wir reingehen, Leute? Oh mein Gott, okay, was müssen wir jetzt machen? Ich glaub, wir müssen jetzt hier ein paar Sachen verbannen, Leute. Ah, okay, wir müssen jetzt hier verschiedene Gegenstände hier befreien. Weil es wahrscheinlich dann so irgendwelche dämonische Sachen sind und so. Aber wir gehen erstmal hier weiter. Okay, was gibt es hier noch? Ich glaub, das Messer ist irgendwie. Ah, okay, auch besessen hier von Geistern hier. Ja, dann machen wir es erstmal weg hier. Hä, so wann ist KFC Chicken überhaupt besessen, Leute? Okay, damit hab ich gar nicht gerechnet. KFC, legendär lecker. Und ich glaub, der Teddybär war noch hier verflucht. Weil ich hab da auch noch was gesehen. Okay, let's go, Leute. Unser lecker Gegenstand könnte ich mir vorstellen, oder? Ah ja, wirklich, wir haben wirklich einen Schlüssel bekommen. Okay, dann sagen wir erstmal auf. Und das ist ein Basement Key. Oh, okay. Basement Key ist irgendwo. Dann geht man hier noch unten. Okay, hier ist der Schlüssel. Können wir da auch irgendwie rein? Okay, die Tür ist zu. Oh mein Gott, Leute. Leute, nein, 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 Leute, nein. Ich glaub, wir müssen hier das Licht anschalten. Könnt ihr mir vorstellen. Ja, dann machen wir das Licht an, Leute. Dann bin ich gespannt, was jetzt rauskommt. Und. Okay, die Tür ist jetzt zu wahrscheinlich. Oh mein Gott. Yo. Oh mein Gott. Okay, wir müssen erstmal hier wieder befreien, Leute. Oh nein, 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 nein. Okay, ich verliere auf jeden Fall HP. Oh mein Gott, ey. Boah, was war denn das hier? Okay, dann müssen wir erstmal das hier auch noch befreien, hier. Was war denn das hier, Leute? Okay, dann machen wir erstmal hier das hier weg, Leute. Und dann bin ich gespannt, was später noch passiert. Okay, hier gibt es den nächsten Schlüssel. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, den Schlüssel hier zu das hier bekommen, damit wir wieder rausgehen können. Und was ist jetzt passiert? Können wir wieder rausgehen oder so? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, das ist barrikadiert. Okay, wir haben hier den Schlüssel bekommen. Hey, geh weg, Geist. Oh mein Gott. Okay, let's go. Dann nehmen wir erstmal hier den Schlüssel, Leute. Okay, ich glaube, der Schlüssel war ja, damit man hier oben reingehen kann. Okay, wir gehen erstmal hoch, Leute. Da bin ich mal gleich gespannt, was passiert. Oh mein Gott. Okay, hier sind, ja, Spuren, die sind nicht gut. Aber hier vorne ist irgendein trauriger Billy wahrscheinlich. Okay, das ist wirklich sogar Billy, Leute. Kann ich irgendwie da helfen? Ach ja, was geht? Billy! Hallo, Billy! Oh mein Gott! Okay, hier gibt es einen Fenster auf jeden Fall. Oh mein Gott. I feel strange. Please help. Oh mein Gott. Ich glaube, der ist besessen vom Dämon. Eine Ewigkeit später. Oh mein Gott. Oh, was das für fliegende Köpfe, die auf mich zukommen. Okay, ich glaube, wir müssen hier alles hier... Ah, okay. Ich glaube, die ganzen Köpfe hier besiegen. Okay, dann machen wir es einfach mal hier, Leute. Boah, okay, okay. Wir dürfen, glaube ich, nicht angehittet werden von diesen Köpfen. Aber wenn wir hier angehittet werden, Leute, dann verlieren wir hier HP. Und ich bin hier echt im gelben Zustand. Also auch nicht so gut. Oh mein Gott. Okay, Billy ist hier escaped, Leute. Wir müssen hier, glaube ich, auch rausgehen. Oh mein Gott, ey. Okay, wir brauchen hier den nächsten Schlüssel. Okay, ich weiß jetzt nicht gerade, wo wir sind. Aber, okay, gibt es jetzt gleich auch was? Können wir das hier machen? Ne, okay. Ich glaube, wir müssen irgendwie hier vorne gehen. Müssten wir hier irgendwas machen? Ne, okay. Irgendwas ist hier. Ah, achso, die Kelch hier. Ja, dann machen wir einfach mal hier, ja, Kelch befreien irgendwie. Keine Ahnung. Aber, okay, hier ist der Schlüssel. Oh mein Gott, Leute. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, was passiert, wenn wir hier das öffnen. Hier geht es ja immer weiter. Ey, das ist ja voll creepy hier, das Game, Leute. Okay, wir machen erst mal hier die Tür auf. Und am Ende ist auch irgendwo bestimmt hier Billy hier drin, oder? Okay, dann gehen wir einfach mal hier weiter, Leute. Okay, hier gibt es auch noch irgendwelche Augen oder was ist es hier überhaupt? Ich weiß nicht. Okay, wir gehen erst mal hier runter. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Akt 2, Underground. Oh mein Gott, Leute. Okay, es ist Akt 2 hier am Start. Oh, hier sind ungedrehte Kreuze. Ah, okay. Der Fernseher zeigt an. Ah, okay. Ach, ja. Ich müsste nur ein Kreuz umdrehen, um die Tür ist hier direkt geöffnet. Und, oh mein Gott, nein. Oh. Okay, dann nehmen wir mal den roten Schlüssel. Okay, hört sich irgendwie komisch an. Dann machen wir das auf, Leute. Okay, soll ich reingehen? Was ist das? Oh mein Gott. Wir werden mitgenommen. Nein. Oh mein Gott. Ey, nein. Wir sind hier gefangen. Aber wir können auf jeden Fall hier mit unserem Kruzifix hier irgendeinen Kelch hier befreien. Und jetzt sind wir hier. Ach, wir waren hier im Gefängnis drin, Leute. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Wir sind hier irgendwo, nirgendwo, Leute. Okay, ich höre auf jeden Fall irgendwelche Geräusche. Und, oh mein Gott, was passiert jetzt, Leute? Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Können wir die irgendwie, äh... Ach ja, wir können die auf jeden Fall hier irgendwie befreien. Okay, das machen wir jetzt einfach mal, Leute. Ja, ich hoffe, das bringt irgendwas. Ich weiß es nicht, oder? Ne, das bringt wahrscheinlich gar nichts, oder? Ich weiß es nicht. Okay, wir können nur einen verbanden, oder? Ne, wir können wirklich mehrere verbanden, Leute. Aber ich glaube, das würde nichts bringen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ach, ach so, die schreiben da irgendwas. Okay, ich weiß nicht sicher, was das bedeutet. Aber ich glaube, irgendwas, äh, Lateinmäßiges hier, glaube ich, irgendwie. Oh mein Gott, okay, ich glaube, die machen hier irgend so ein Ritual, Leute. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was hier gleich passieren wird. Hier kommt noch safe, vielleicht irgendwie Billy, und dann... Okay, ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Oh nein, 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 nein. Okay, wir müssen hier, glaube ich, weg, Leute. Wir müssen weg, wir müssen weg. Nein, mach auf! Oh mein Gott! Okay, jetzt ist die Tür offen, Leute. Oh mein Gott, was ist das hier, Leute? Ah, okay. Okay, ich glaube, mein Kruzifix kann hier einen Weg eröffnen, hier vorne zum Kelch. Okay, was passiert jetzt, Leute? Okay, hier öffnet sich irgendeine Steintür, und... Oh, nee, nein, ich glaube, irgendwo ist Billy versteckt, Leute. Okay, ist auch irgend so ein, äh, ja, Vorhang irgendwie. Okay, ich glaube, wir müssen das Licht ausmachen, könnte ich mir vorstellen. Dann machen wir einfach mal das Licht aus, Leute. Ach, nee, das Licht anmachen, Leute. Ich glaube, Mannequins sind das, genau. Und irgendwo ist wahrscheinlich Billy, könnte ich mir vorstellen. Oh nein, Leute, das Licht ist ausgegangen. Ey, nein, 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 nein. Ey, hier wird Billy sein, Leute, hier wird Billy sein, Leute. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Hier wird safe, irgendwo gleich Billy auftauchen. Ey, es werden ja immer mehr, die bewegen sich hier. Er ist irgendwo hier, also ich weiß nicht wo. Können wir irgendwas mit dem Kruzifix machen? Ne, auf jeden Fall gar nicht. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich will auf jeden Fall nicht down gehen, Leute. Boah, ey, hab ich mich erschrocken, weil ich gewusst hab, wo irgendwo Billy war, Leute. Oh mein Gott, Leute, okay, wir haben es geschafft hier, uns zu befreien, weil wir waren hier besessen hier von Billy. Oh mein Gott, oh ha, oh, der hat mich einfach erschrocken, Leute. Oh mein Gott, okay, das ist jetzt gefühlt, glaub ich, das Ende hier. Oh ha, okay, wie fett hier Billy auch aussieht, Leute. Äh, irgendjemand schießt hier hinter dem Glas. Okay, das ist irgendwie Fragezeichen hier. Da bin ich ja dann gleich gespannt, wer da hinter dem Glas schießt. Wow, okay, oh mein Gott, we will meet again. Nein, wir werden wieder Billy treffen, ey. Oh, ernsthaft. Oh, das ist nicht mal eine Schrotflinte, Leute. Das ist eine Flöte. Okay, Leute, wir sind hier in irgendeiner Kirche gelandet. Und wir müssen hier, glaub ich, alle Kirche hier anmachen, glaub ich. Okay, da bin ich noch gar nicht gespannt, was dann gleich passiert. Und ich hab gesehen, dass hier vorne ein Schlüssel liegt. Okay, alle Kirche sind an, Leute. Okay, jetzt bin ich noch gar nicht gespannt, was passiert, wenn wir hier den Schlüssel aufnehmen. Ach, und der Raum ist hier unten, Leute. Okay, dann öffne einfach mal den Raum. Und, was liegt hier? Oh. Oh mein Gott, okay, hier gibt's eine Pistole. Warte mal, können wir denn mit diesen, äh, Typen erschießen? Oder Billy? Billy, ich weiß wirklich nicht, weil Billy können wir wahrscheinlich nicht erschießen. Oh mein Gott, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir den Priester erschießen. Gar nichts! Passiert einfach gar nichts! Ach, ein fliegender Teddy. Oh mein Gott, da ist Billy, Leute. Ey, der sieht ja richtig gruselig aus hier. I will kill you. Ne, Leute, der kann uns gar nicht besiegen. Wir sind ja Profispieler, Leute. Jetzt bin ich mal gar nicht gespannt, wie hier das sein wird. Okay, wir müssen das hier irgendwie so surviven, also überleben, Leute. Ich würde so wifeln, while I'm doing irgendwas, keine Ahnung. Also während der hier irgendwie Billy irgendwie befreit, müssen wir überleben, Leute. Okay, ich glaube, das ist wirklich so eine Art Bosskampf, könnte ich mir jetzt vorstellen, oder? Was passiert denn jetzt hier? Okay, können wir irgendwie so jetzt dinget? Ach, achso, nee. Oh, hier sind auch irgendwelche Bälle, die zu uns fliegen. Ah, okay, und der macht hier dieses Exorzismusgedöns. Und wir müssen hier den Bosskampf blühen, Leute. Oh mein Gott, Leute. Nein, 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 nein. Okay, wir dürfen auf jeden Fall nicht die Bälle berühren. Okay, wir haben das auf jeden Fall ein bisschen überlebt, Leute. Okay, jetzt landet der hier irgendwie auf dem Boden. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ach, achso, wir können den jetzt befreien, Leute. Okay, ich glaube nicht, dass wir das aber schon jetzt geschafft haben. Ich glaube, da kommt bestimmt doch irgendwie noch eine zweite Welle oder so, könnte ich mir jetzt vorstellen. Okay, dann machen wir den jetzt erstmal hier wieder zum netten Billy, Leute. Ja, wir machen den jetzt erstmal zum netten Billy, okay. Oh mein Gott, nein, nein, ihnen reicht's jetzt. Befreieicht! Oh mein Gott, was passiert denn jetzt, Leute? Oh mein Gott, okay, kommt irgendeine Hand zu mir. Ey, was? Nein, 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 nein. Okay, das müssen wir auch so erweifen. Und wir müssen, glaube ich, diese Kelch hier währendbei hier... Ja, befreien, meinte ich. Ja, genau. Okay, dann machen wir es einfach mal. Dann müssen wir das erstmal machen. Nein, 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 nein. Mein HP-Stand sagt nichts Gutes, Leute. Joooo! Der macht hier Attacke hier. Oder was ist das hier, was er da macht, Leute? Nein, nein, okay, es kommt wieder irgendwie so eine Hand zu mir. Dann müssen wir erstmal abhauen, dann müssen wir erstmal abhauen, Leute. Nein, 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 nein. Okay, wir sind knapp dran. Wir sind auf jeden Fall knapp dran hier. Okay, eins haben wir geschafft hier. Und jetzt brauchen wir nur noch eins, Leute. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft hier, oder? Okay, es kommt wieder eine Hand auf uns. Oh, nee, jetzt dürfen wir nicht hier irgendwie dagegen gehen irgendwie. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Weil ich habe alle Kälte deaktiviert. Und guckt euch einfach mein HP an, Leute. Oh, mein Gott, wie knapp das jetzt war. Und Billy ist jetzt wieder normal geworden. Okay, aber mit einem komischen Gesicht irgendwie. Okay, ich glaube, jetzt können wir den weiter attackieren, glaube ich, oder? What the fuck?